Spaß für Kinder Hallo Freunde, schaut mal, was ich gestern im Spielwarenladen entdeckt habe. Das ist der Lego Duplo Flughafen. Los, lasst ihn uns aufbauen. Wow, das sind aber viele Teile. Womit fangen wir an? Am besten mit dem Flugzeug. Hey Nicole, du hast das Fahrgestell vergessen. Oh, du hast recht. Dankeschön. Das kommt hier unten hin. Das Flugzeug ist fertig. Jetzt sind die anderen Teile an der Reihe. Oh, schaut mal. Aus diesen beiden Teilen wird der Kontrollturm gemacht, der Tower. Schaut mal, mit diesem kleinen Fahrzeug werden die Koffer der Passagiere transportiert. Das ist das Kofferband. Papa, wann geht's denn endlich los? Hab noch etwas Geduld, Sohnemann. Hm, ich seh gerade. Da fehlt doch noch was. Wisst ihr was? Ja, genau. Die Start- und Landebahn. Das Flugzeug, das nach Stuttgart fliegt, ist bereit für den Abflug. Alle Passagiere zum Flugzeug. Papa, 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 das ist unser Flieger. Ich bin so aufgeregt. Die Passagiere sind an Bord. Jetzt wird das Flugzeug abheben. Guten Flug. Freunde, seid ihr auch schon mal geflogen? Schreibt's mir in die Kommentare. Tschüss. Ja. Verdammt. Musik. uinfisk.